Ist das nicht Wahnsinn? Der ganze Baum ist eingesponnen. Von oben bis unten. Überall weiß überzogen. Alle Äste. Der ganze Baumstamm. Alles weiß überzogen. Ganz in die Schlacht gemacht. Wahnsinn. Und daneben steht ein Baum, da ist gar nichts dran. Sieht das nicht irre aus? Als wenn da einer ein Netz drüber gesponnen hat. Unglaublich. Bis nach oben hin. Was die Raupen geleistet haben, ist ja der Oberhammer. Sensationell. Sieht aber auch aus. Sieht aber auch aus.